Wenn es im Juli viel regnet, man viel giftigen Mehltau begegnet und wir begegnen heute Janni in der Früh. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feldgeflüster. Ja, er sitzt mir gegenüber mit einem... Wie nennt man die Farbe, Janni? Ist das türkis? Das ist nicht türkis. Das ist so ein leicht, so ein babyblauen. So ein babyblauen Pokémon-T-Shirt. Guten Morgen. Morgen. Haare noch nicht so optimal, Haare sitzen so... Kennst du diese Strauße, die vorne die Federn so ein bisschen über den Kopf haben? Ja, so sieht das bei dir ein bisschen aus gerade. Aber hatte ich heute Morgen auch. Ich war ja letztes Mal beim anderen Friseur, der hat uns nicht so gut geschnitten, wa? Nee, ich habe gestern gelesen, ich weiß nicht, ob das wieder... Das ist von TikTok, muss man glaube ich vorher sagen. Quelle, vertrau mir, Bruder. Ähm, dass irgend so ein Pilz rumgeht gerade, so ein Kopfpilz irgendwie, weil die Barber irgendwie teilweise nicht ganz so sauber sind. Ja, genau das habe ich auch gelesen. Ja, hast du auch gelesen? Wer auf jeden Fall euch kratzt gerade der Nacken? Und das ist ein Symptom? Der Nacken kratzt? Nee, das soll wohl alles erröten und so. Jucken halt. Ja, die müssen einfach mal Gerste dreschen, das härtet ein bisschen ab. Ist so, ist so. Obwohl ich persönlich Hafer schlimmer finde, weil Hafer so kneift, so zwickt. Nee, finde ich nicht schlimmer. Ich finde schon, Gerste ist schon... Du, Raps kann auch pieken, ne? Nee, Digga, Raps kann alle... Raps kann mich richtig niederstrengen, der hat so einen schwarzen Staub an sich. Also vom Auspusten und so, ich reagiere da so extrem allergisch drauf, dass der ganze... Also der Gaumen juckt, die Nase juckt, Ogen, Ogen, alles, Janni, alles. Ihr könnt mir das Innere mit der Drahtbürste auskehren. Ja, bei mir ist... Also ich merke beim Staub auch, ist nicht geil, aber bei mir sind es wirklich eher die Pollen, was mich so niederstreckt, weißt du? Das ist halt nicht... Eigentlich nicht der Staub. Der Staub macht halt, dass ich einmal Nase putzen muss zwischendurch. Bei mir ist es der Schwärzepilz tatsächlich oben drauf. Also so Getreide geht, letztes Jahr zum Ende der Getreide... Also je schlimmer das Staubt und dunkler Staubt, desto schlimmer wird es. Und ich dresch den Raps ja auch immer so zum Ende, weißt du? Und damit strecke ich mich richtig nieder, wenn er richtig schwarz staubt. Alter, das ist die Hölle für mich, Jan. Aber wo Staub hat deine Gerste auch gestern so gestaubt? Eist das Mürbe, ne? Obwohl ich auf Schwarz gelegt habe, Janni. Och, Alter, das ist ja im Schneidwerk schon explodiert gefühlt. Vorne schon im Einzug hast du gesehen, Alter, was da alles rauskam, ne? Und dann stand der Wind gestern so bescheuert und so doll, dass du teilweise... Ich habe mein Schneidwerksende nicht mehr gesehen. Es war nicht mehr zu erkennen. Es hat so doll gestaubt. Du hast in dieser Wolke drin gestanden. Ich habe mir die ganze Zeit dabei gedacht, dann so... Ja, jetzt per Hand fahren bei zwölf Meter für den Arsch. Und selbst den Laserpiloten hättest du ausgeknipst in dem Moment wieder. Hätte wieder nicht funktioniert, das Ding. Ja, nee. GPS ist GPS. GPS ist GPS, Alter. Das ist auch so mit einem Reintaster bei Mais. Das Ding... Ich weiß auch gar nicht, warum es immer so eine große Diskussion gibt. Ich fahre ja jetzt schon, keine Ahnung, zehn Jahre GPS auf dem Häcksler. Warum das immer noch so eine Diskussion ist? Ja, fahr mal Reintaster. Reintaster ist besser. Nee, Reintaster ist nicht besser. GPS ist GPS. Du hast auch das einfach reinverspringen, Wildschaden. Du kommst nicht mehr in die Reihen zurück. Dann fehlen Pflanzen, dann rutscht er rüber. GPS ist GPS. Ja, nee. Ja, ist recht. Also fährst du RTK bei dir auch drauf? Nee, mein Höcksler hatte nur das Billoregal. Das Billoregal. Das Billoregal. Das Billoregal. Aber das war auch okay. Aber Drescher hat RTK. Wie stolz du das gerade gesagt hast. Guck mal an dein Gesicht gleichzeitig. Vor allem als ich, ich sag dir da ganz ehrlich, als ich daran gerade gedacht habe, habe ich auch dran gedacht, wie genau ich immer meine Fahrgassen treffe. Ich habe manchmal bei zwölf, wie viel Fahrgasse, wie viel Vorgewände machst du bei mir? Drei. Drei. 27 Meter ist genau meine Fahrgasse. Ich mache nämlich zwei, sind 24 Meter. Manchmal ganz schön eng, um wieder reinzukommen. Und kennst du das denn, wenn das Längssystem... Du selber würdest noch so diesen Drall bekommen, aber Längssystem geht nochmal ganz kurz raus und lässt deine Kante stehen? Hm. Ja. Triggert mich richtig hart an. Manchmal müsste man eigentlich eine Dritte noch außenrum machen, aber da bin ich irgendwie zu geizig. Nee, ist zu viel. Drillst du auch nur 24 oder drillst du 36? Oh, nee, 36 nicht. 24. Ich drill 27, glaube ich. Das ist eigentlich eine halbe Jahr vorweg. Ach so, eine halbe Jahr vorweg. Wir drillen 24. Ist ja auch scheißegal, in welcher Form das steht. Hauptsache, du hast deine Fahrgasse und das ist egal und du kommst rum, ne? Ja, ja. Aber so erst rechts. Ich sage mal, wenn du da zwei Blöcke hier schon zwischen dir hast, irgendwie zwei Spalten, zwei Schnitte, sag ich mal. Zwei Spalten zwischen mir hatte ich schon lange. Endlich mal zwei Spalten. Äh, ist alles eine Frage der Kommunikation hat das, denke ich. Aber gib mal Rückmeldung, wie die Antwort war. Antwort war gut, Tasche steht vor der Tür. Wenn dann schon die Routenplanung Richtung Fahrweg kommt. Ja, genau, ja, die Zwei-Spalten-Projekt ist genehmigt. Habtasche schon im Auto. Bleib mal zwei Wochen bei dir. Alles egal, kannst mir helfen, wir sollen noch einen zweiten Rösser. Nee, wenn du zwei Spalten schon frei hast, dann kommst du leichter rum. Dann stichst du besser rein. Weißt du? Ja. Dann ist das genauer. Das ist so, das ist so. Aber was ich manchmal mache, wenn ich sehe, er macht da so ein, so ein, so eine kleine Dreiecke, so ein Dreieckchen da rein. Und dann fahre ich rückwärts und dann lenkt er ihn auch gerade. Ja. Korrigiert er. Ja, ja. Und dann steche ich nach vorne in die Spalte. Ja. Ach, wunderbar, Alter. Ich hoffe, ihr freut euch genauso, wie wir gerade. Ja, ansonsten, Hannes, Gerste fasst ab. Bei dir auch, oder? Hast du gestern noch gut was geschafft bis zum Regen? Ja, ich habe nicht mehr viel. Drei, vier Stunden habe ich noch bis zum Regen. Ertraglich, ja gut, ich habe mit eigentlich sechs Tonnen gerechnet. Sechs, sechs, vier, sechs, fünf sind es jetzt bis jetzt im Durchschnitt. Stabil. Ja, wäre mehr gegangen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, das spät gesät, das ist erst mal der 20. Oktober. Das finde ich, Gerste, verdammt spät bei mir. Dann, ja, und dann kam die komplette, die hat sehr unter Johanna gelitten. Aber ist egal, alle sind gesund. Johanna geht es gut, das ist wichtig. Da kann die Gerste auch mal ein bisschen schlechter sein. Ja, und natürlich meiner Frau geht es auch wieder gut. Das ist ja auch, Lisa geht es wieder gut, das ist ja auch wichtig. Das bringt mir das, wenn ich jetzt zehn Tonnen geerntet habe. Aber kann meine Freude nicht mit meinen Lieschen teilen. Ist ja auch nichts wert. Das ist so. Ich habe noch fünf Hektar. Dann ist Gerste bei mir auch durch. Und dann wird es aber direkt auch in den Raps rutschen. Nachbarbetrieb oder Betriebe haben angefangen jetzt bei mir. Selbst auf sehr, sehr gutem Boden schon. Und ich habe ja Raps auf schlechtesten ist ein 30er Boden bei mir dieses Jahr. Also der ist reif. Der kam aber jetzt auch in den letzten zwei, drei Wochen mitmacht. Ist so. Der ist so durchgelaufen jetzt. Der ist aber auch dieses Jahr, was man ja von den letzten Jahren irgendwie nicht kannte, immer diese Gummistängel noch, die grünen Stängel, hast du dieses Jahr glaube ich gar nicht. Also es sieht sehr, sehr durchgereift aus, bis nach unten weg. Was eigentlich kein guter Indikator ist für einen Raps. Der muss eigentlich gesund im Stängel bis zum Ende stehen, damit die Assimilation bis zum Ende quasi, also damit die letzten Schoten bis unten drunter gefüllt werden, Leute. Jetzt wollte ich jetzt nicht zu fachlich werden für die Frauen. Entschuldigt, Frauen. Die uns gerne hören. Wegen Family und Spalte. Wir haben nämlich vier weibliche Zuhörer. Ja, aber die darfst du nicht verlieren, weißt du? Auf keinen Fall. Das ist unser Anker. Das ist unser Anker in diesem Podcast. Aber vielleicht kommt da der Spalten-Talk auch ein bisschen an. Jetzt gehen wir nicht zu tief rein. Sonst kommst du, wie hieß der Film hier? Du weißt ja, du mit deinem Grinsen weißt ja, welches ich meine. Nee, wenn ich überlegt habe. Da gibt es eine kleine Geschichte, aber ich weiß nicht, ob ich die erzählen darf. Es gibt doch diesen Film hier, Mann, diesen Frauenfilm hier, wo die auch auf härtere Sachen stehen. Fifty Shades of Grey. Das kam ja auch wie aus der Kaffee. Das hast du aber, Hannes, wie oft hast du den geguckt? Hast du den im Schränkchen so abends, wenn du Lust hast, siehst du den raus? Kleine Anekdote dazu. Ich habe alle Teile mit Lisi im Kino geguckt. Und jedes Mal, jedes Mal waren unsere Freunde, also mein richtig guter Freund Ole war dabei. Und du hast ja Ole kennengelernt. My friend Steve. Ole ist ja schon eine sehr ehrliche Haut. Also Ole mit seiner Frau war natürlich dabei. Also die beiden Mädels saßen dann nebeneinander und wir beide saßen nebeneinander. Und Ole hat immer so herzenslustig halt kommentiert. Und ja, und auch so, dass so mehrere Kinoreihen das gehört haben. Und dann hatte, mit der Zeit konnte er auch näher nicht mehr sitzen, teilweise, weil der hat ihm da Rückenweh getan und was nicht alle. Und dann stand der an der Seite und hat sich so an der Lehne, also an dem Sessel angelehnt schon von dem Kino. Weißt du, außen ist er dann an die Reihe gegangen, hat sich dann so angelehnt und hat das denn auch schon so kommentiert, ne? Herz aller Liebes. Also von daher muss ich sagen, für mich waren die Filme aus der Sicht sehr gelungen. Ich hatte sehr viel Spaß im Kino. Grüße gehen raus an Ole, der uns nicht hört. Euer blödes Gelaber kann man sich nicht geben. Ach der soll die Klappe halten. War seine Antwort. Ist ihm nicht intellektuell genug? Ach, hör auf. Der piekfeine Herr, weißt du? Ja, der piekfeine Herr. Ne, bei mir gibt es die Geschichte, ihr habt den Film, ich weiß gar nicht, den ersten, ich glaube ich nicht gesehen, den zweiten dann. Den ersten ist Nadine mit meiner Mutter ins Kino gegangen und hat gesagt, du Janni, das mag ich nicht nochmal. Die fand den Film gut. Die hat sich so ein bisschen am Sitzfest erhalten, sagt sie. Wer? Und wie war das komplett? Na, meine Mutter. Oh. Und meine Nadine fand das nicht so gut, sagt sie. Das war nicht, das mag ich nicht der Weiser. Ne, das ist also ein unangenehmer Moment, wa? Leute, ich habe mich gerade ein bisschen am Kaffee verschluckt. Unangenehm. Ja, nicht unangenehm. Ja, also ich war ganz froh, nicht da mitzugehen, aber das sind so Filme, die blocke ich auch. Du, wie sind wir eigentlich davon abgekommen? Mann, was wolltest du eigentlich erzählen mit dem Film? Ich weiß das gar nicht. War eine gute Reise wieder da hin, fand ich jetzt. Ja, war eine gute Reise hin, aber wir müssten ja eigentlich zurück zum Start. Du wolltest ja irgendwas erzählen mit dem Film. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, über was wir vorher gequatscht haben. Ich wüsste du nicht. Ist egal. Nächste Thema? Vielleicht fällt uns das wieder ein. Vielleicht fällt uns das wieder ein. Übrigens, Leute, heute ist Sonntagfrüh. Wir haben es früher nicht geschafft. Die haben hier ein bisschen verschnupft. Mit Fieber verschnupft. Mit Fieber verschnupft. Ja, 40 Grad fast. Ich war jetzt wirklich, also gestern ging es schon. Gestern waren noch Gliederschmerzen am 6., aber am 5. und am 4. lag ich komplett im Bett, ohne rausgehen. Wirklich nur gelegen. Absoluten absolute Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Fieber. Ist auch nicht runtergegangen vom ersten Tag zum zweiten. Die Nacht war der Horror, Schüttelfrost bekommen und alles. Und ich gehe mal davon aus, dass ich mir irgendwie irgendwo eine richtig dreckige Sommergrippe eingefangen habe. Ist jetzt, sag ich mal, noch ein bisschen rotzi und ein bisschen Gliederschmerzen, aber heute geht es mir schon echt gut, wenn man, kennst du das, wenn du so wirklich zwei Tage hartet Fieber hattest und dann der erste Tag, wo du sagst, ein bisschen Gliederschmerzen, das ist einfach eine Genugtuung jetzt gerade. Also du fühlst dich wie neu geboren. Weißt du, was du meinst? Ja. Aber gestern war halt Dröschen dann angesagt, geht halt manchmal nicht anders, selbst und ständig. Aber ich wollte halt diese 20 Hektar, die ich dann bis zum Unwetter geschafft habe, nicht wegwerfen und war auch super zufrieden, dass wir es noch angegriffen haben. Aber da ging es dann teilweise auch wirklich nur mit Schmerztablette. Das ist ja schon so, wenn das T-Shirt am Arm schon wehtut oder die Hose, ich habe extra eine Sporthose gewählt, die wirklich so leicht ist, wie es geht, weil alles geschubbert hat. Da weißt du, da gehörst du ins Bett und nicht auf den Dröschen eigentlich. Und das war bestimmt ein großes Hindernis, weil du sitzt ja sonst immer mit Arbeitshose in der Kabine und immer mit Sicherheitsschuhen und immer mit schusssicheren T-Shirts. Da war bestimmt die Sporthose große Hürde, oder? Ja. Die hat nicht mal Taschen gehabt. Die konnten nicht mal an den Taschen reiben. Selbst darauf habe ich geachtet. Leute, für die Leute, die den Livestream bei Janni nie verfolgen, der sitzt da drin immer wie der letzte Arzt. Der hat immer die bequemsten Sachen an, die man so anhaben kann. Ja, aber warum nicht? Jetzt mal die Drescherfahrer oder Traktorfahrer, die jetzt sagen, gut, viele müssen wegen ihrem Chef Arbeitsklamotten tragen, was ja auch richtig ist. Aber wenn die Jungs, Jens hat auch Arbeitsschutzschuhe an, alles keine Frage, Jörg sowieso, der zieht es auch nicht aus. Aber wenn Jens auf den Traktor oben steigt, dann zieht der sich ein paar Schlappen an, so ein paar Birkenstockdinger. Und das ist doch sein gutes Recht. In der Kabine kannst du ja auch ohne Schuhe fahren. Ja, genau. Und bei mir ist das halt auch so, guck mal, ich schraube ja eigentlich nicht. Und wenn wir schrauben in der Werkstatt, da stehen auch meine Wessi-Stiefel rum. Hier, weißt du, die mit Stahlkappe. Aber du trägst zum Beispiel kurze Hose auf dem Drescher, ne? Ja. Ich nahezu gar nicht. Also ich habe auch meistens... Du trägst aber nie kurze Hose. Doch, 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 ich habe kurze Arbeitshosen. Wie, was, Storchebeene? Ich habe voll die muskulösen Waden. Jetzt raucht ihr mal selber nicht die Tasche. Weißt du, die sehen gut aus. Die sehen gut aus. Ja, ist okay. Aber ich habe tatsächlich engelwertkurze Hosen. Also so richtig Arbeitskurze Hosen. Aber ich habe meistens immer lang an. Hat mehrere Gründe. Zum einen wegen Erkältung. Also quasi, weil die Klima von New Holland ist wirklich doll. Die hat einen Schalter. Ja, die hat auch einen Schalter. Aber das ist so, kennst du, zwischen zu warm und zu kalt ist... Da gibt es nur 0,1. Die Brücke ist nicht groß. Da gibt es nur 0,1 in der Kabine, die man drehen kann. Und selbst dann ändert sich das irgendwann. Dann wird das irgendwie einen Ticken zu kalt, obwohl man nichts verändert hat. Ist bei mir im Auto auch öfter so. Ja, eine Wolke kommt vor, die Sonne hört auf zu strahlen und zack, ist es richtig kalt in der Bude. So, das ist ein Punkt. Dann ist es meistens, wenn du... Du musst ja doch mal raus, ein bisschen Erde vom Schneid wegmachen, mal pinkeln. Dann kommt mir Staub an eine Bene und dann fängt es direkt an zu jucken. Ja, gutes Kacke. Das ist totaler Mist. Und dann ist es immer so, du drischst in die Abendstunden rein. Und mein Drescher kann definitiv keine angenehm wärmere Luft machen. Mhm. Weil das Ding kann immer nur echt kalt. Und dann ist das abends auch kalt. Und dann sitze ich da und fange auch an, mir Pulloverüfer zu streifen und sowas. Oh nee, ich habe gestern auf 25, 26 Grad laufen lassen, weil es mir halt nicht gut ging. Und es war super angenehm da drin. Ja, das ist über... Also wenn die Sonne rein scheint, ist das auch Bombe. Ja. Nee, aber ansonsten aber auch zu meiner Verteidigung oftmals sehen meine Hosen nicht wie Arbeitshosen aus. Das sind aber Kart-Hosen. Und Kart kennt man ja auch unter Workwear, ne? Diese kurze Jeans zum Beispiel ist eigentlich eine Arbeitshose, die ich umgekrempelt habe unten, damit sie besser aussieht. Mhm. Zu meiner Verteidigung aber ist auch die einzige Hose. Der Rest ist Atze. Der ist immer Atze, der ist immer Atze in der Kabine. Ich bin aber auch kein Freund von, und ich weiß ja, würde ich auch nie ein Placement kriegen oder annehmen von Engelbert und Strauß, habe ich schon mal gesagt. Ist nicht meins. Und an sich, also nicht mal jetzt die Marke an sich, aber das meiste ist ja nur mal von denen, was man so rumläuft in der Landwirtschaft. Das, an sich Arbeitshosen. Ich muss zum Beispiel am Anfang, als ich angefangen habe, immer Blaumann tragen, ja auch mit Latz und so. Oh, hat mich das angenervt, ne? Also ich weiß auch gar nicht, was in der Jugend mit mir verkehrt war, dass ich anfangs in meiner Arbeitszeit immer Latzhosen getragen habe. Ich weiß nicht, was verkehrt mit mir war. Aber gefühlt haben das auch alle um mich rum getragen. Also auch Detlef ist ja auch schon über 20 Jahre bei uns. Könnten. Und alle haben auch, mein Vati hat Latzhosen getragen. Ich verstehe es nicht. Und dann habe ich, ich bin irgendwann mal aus diesem Teufelskreis ausgebrochen, Janine. Und dann habe ich mir eine Bundhose gekauft und habe festgestellt, alter, das ist ja viel geiler. Ah, diese, im Sommer hast du an der Latzhose immer diese schwitzige am Bauch. Und dann hast du immer, dass durch den Latz, wenn du sitzt, immer das T-Shirt sich so hoch frisst. Und dann die Hüfte frei ist, links, rechts. Und dann habe ich mir eine Bundhose gekauft und das war, also das war, Janine, ich habe am nächsten Tag alle Latzhosen weggeworfen. Und seitdem trage ich nur noch Bundhosen. Und wenn du die richtigen hast, die sind ja auch super bequem. Die sind ja super bequem. Ich bin gespannt, wann es vielleicht bei uns beiden auch anfängt mit Hemden tragen. Ist ja doch schon sehr verbreitet, dass Geschäftsführer in der Landwirtschaft Hemden tragen. Wenn du so zu den Feldtagen mal gehst und dich mal umguckst da oder mal zu irgendeinem Treffen denn irgendwie, so ein, weißt du, so ein Freimaurertreffen für die Landwirte. Janine, just saying, du siehst ja auf dem Feldtag die Herkunft des Landwirts. Du siehst es ja. Meinst du? Naja, ich sag mal so, Janine, wenn das Hemd unter einem Pullover getragen wird. Ja, würdest du sagen, erkennst du das Bundesland? Nee, das Bundesland nicht, aber zu 95 Prozent weißt du, dass die nicht von hier sind. Obwohl wir auch hier Kandidaten haben, die so rumlaufen. Du vielleicht eher, bei mir generell gar nicht. Oder kennst du die, die mit ihrer Jagdklamotten immer rumlaufen? Das ist auch nicht so richtig ursprünglich hier von der Region. Also du siehst schon noch, ich möchte fast sagen, du siehst die Herkunft hier. Was ist denn deine Region? Mecklenburg-Vorpommern ist meine Region. Also, beziehungsweise Vorpommern, Mecklenburg. Ja. Klamotten-Technisch. So, was ist deine Region? Was haben sie meistens an? Karo-Hemd. Jeans-T-Shirt, Jeans-Pullover. Jeans-T-Shirt? Mhm. Polo-Hemd? Teilweise. Kommt drauf an, wenn die ein bisschen jünger sind, dann ja. Aber ist schwierig zu sagen. Es ist ja quasi, hier ursprüngliche Leute sind ja relativ wenig nur noch. Aber da ist meistens Jeans-T-Shirt. Ich glaube, also, wenn bei mir mal ein Umschwung kommt, ins vielleicht elegantere, weg vom Pokémon-T-Shirt in Babyblau, dann, äh, ich hab mir zur, ähm, hier Jugendweihe, hab ich mir von Ralf-Loreen im Outlet-Center, aber trotzdem noch für 120 Euro ein Polo-Hemd gegönnt. Qualität, 10 von 10. Richtig geiles Ding. Und ich glaube, wenn der Umschwung irgendwann kommt, dann wird es irgendwie so Polo-Hemd werden bei mir. Da hast du aber noch nicht die Qualität von Landwirt-NMV aus dem Wirt-Shop probiert. Die ist nämlich eine 11 von 10. Übrigens, Leute, immer noch 4 für 3 bei uns im Shop. Nee, das ist wirklich gute Qualität. Ja, das glaube ich dir. Aber, Janni, das ist ja auch dein Outfit, was wir beide beim Golfen tragen wollen, wa? Ja, wenn wir die Zeit dafür finden. Aber ich sehe ja beim aktuellen Wetterbericht schon wieder für diese Ernte echt Trauer irgendwie. Also, so richtig warm, ohne Regen, wird es nicht bei uns. Nee, müssen wir uns dieses Jahr wieder ein bisschen quälen. Aber ich mochte das letztes Jahr. Ich mochte das gar nicht letztes Jahr. Ich habe Fötostellungen im Kabinchen gehabt. Da muss man mal richtig beißen, Janni. Da muss man mal beißen. Ja, guck mal, ich habe 70 Hektar gemulcht, weil die Scheiße durchgewachsen ist. Das willst du nicht. Das Problem ist, wenn man von Anfang an weiß, das kommt so ein Jahr, dann wirst du deine Strategie ja völlig ändern. Du wirst ja dann auch um 11 mit 16 Prozent anfangen zu dreschen. Ja, aber ungern. Das tut ja trotzdem weh, wenn du weißt, was die Abzüge sind. Ja, was tut denn jetzt weh, Janni? Getreide mit Abzüge oder 70 Hektar Mulchen ohne Geld? Beide. Na gut, dann kann ich dir das nicht recht machen. Nochmal zum Textilthema. Aber ich glaube, ich bleibe Hoodie-Jeans-Typ. Meinst du? Aber dein Papa ist auch ziemlich entspannt, ne? Der ist auch so ein... Nee, dein Papa ist kein Hemdträger, oder? Nee. Jeans-Polo hat er meistens an. Jeans-Rollkram-Polo. Meiner ist so ein strikter Jeans-Gürtel-Lack. Also nicht Lackschuhe, aber so eine, ja, so eine Altmenschen-Schuhe. Keine Ahnung, wie man die beschreibt. So eine Slipper waren das immer. Und Hemd. Immer. Immer Hemd. Zum Thema Schuhe. Meiner kann fast nur Turnschuhe tragen. Der hat da so ein Überbein. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Dann wächst quasi beim großen Zeh, wächst an der Seite, wo der Knochen so ist, wächst dieser Knochen so seitlich raus. Und dann verschiebt sich so der Zeh so ein bisschen nach innen. Verstehst du? Dann muss der Schuhe elastisch sein. Ja, genau, genau, genau. Und er traut sich das eigentlich auch nicht, das irgendwie sich wegoperieren zu lassen, weil er dann wohl auch ewig mit Krücken geht. Und er hat es auch auf beiden Beinen und so. Das ist ein bisschen verständlich. Und jeder Eingriff ist ja immer ein Risiko. Das ist ja so. Ja. Vor allem man wird ja auch nicht jünger. Definitiv nicht. Ich merke ja jetzt schon, dass irgendwie Krankheiten länger brauchen zum Heilen als mit 20. Also man muss schon länger seine Wunden lecken, Janni. Das sage ich dir so. Das sage ich dir so, wie das ist. Ich habe ja letztes Wochenende, habe ich ja bis spät gedroschen. Und dann war ich um halb zwei oder so zu Hause. Und auch nicht lange geschlafen, weil Arthur war am nächsten Morgen dann halt sehr präsent. Und ich sagte, ich habe da drei, vier Tage zu knabbern gehabt. Weil ich dann ja auch, ich weiß nicht, dann habe ich auch drei, vier Tage nicht richtig, also sagen wir mal nicht über sieben Stunden geschlafen, dass das sich so ein bisschen aufholt. Ja, und dann habe ich die ganze Woche ein bisschen mit Müdigkeit und so zu tun gehabt. Seitdem ich kein Game habe zum Zocken abends und auch abends irgendwie von zu Hause nicht streame und nicht YouTube-Videos schneiden muss, habe ich mir einen komplett anderen Schlafrhythmus angewöhnt. Ich war ja vorher Kandidat, vier Stunden sind vollkommen ausreichend. War ja wirklich, ich habe dir um zwei geschrieben, um sieben aufgestanden. Kein Problem. Oder fünf Stunden halt. Und mittlerweile bin ich jeden Tag vor null Uhr im Bett, kann man sagen. Also selten. Letztens war ich mal wieder ein Ausreißer. Danach war ich auch krank. Nee, aber ansonsten, so sieben Stunden sind gerade zurzeit irgendwie ein Muss. Wird schwierig jetzt in der Ernte? Wird wieder Nächte geben, wo wir reinfahren? Was mir halt auffällt, wenn du wirklich drei, vier Tage richtig ausgiebig schläfst, sagen wir mal acht Stunden, meistens mehr als acht kann ich immer nicht, dann werde ich automatisch wach. Dann merkst du richtig, wie energiegeladen und wie viel mehr Power du kriegst. Wir haben ja auch Gott sei Dank das Glück, Janni, das ist ein Riesenglück, dass wir ein Baby haben, was so ziemlich durchschläft. Die wird einmal in der Nacht wach, der knarrt die so ein bisschen, dann wird die gleich gestillt und dann pennt die weiter. Und das ist ja so ein Segen. Alle, die schon mal kleine Babys und so hatten, wenn du wirklich, also unser Baby ist auch wirklich, muss man sagen, Johanna ist eine Zehn von Zehn, die liegt auch, du kochst Mittag oder Abendbrot, egal, dann legst du sie in ihre kleine Babyschale, dann guckt sie dir zu und die guckt dir eine Dreiviertelstunde zu, ohne ein Quack. Die ist so mit sich und der Welt zufrieden, dann guckst du sie an, lächelst sie an, sie lächelt zurück. Das ist unfassbar, Janni. Und das ist einfach ein Segen. Jetzt fängt sie auch an, richtig zu lachen. Anton hat letztens ein bisschen rumgezappelt, sie hat dabei zugeguckt und dann hat sie so richtig gequietscht vor Lachen. Und dann kennst du diese Momente, wo du denkst, das soll gerade eigentlich ewig anhalten, die sollen ewig so klein und so niedlich bleiben. Aber zum anderen denkst du auch, du kannst das irgendwie kaum erwarten, mal so später zu hören, wie sie redet und so. Aber mit anderen Dingen ist es so, dann wirst du das auch nicht, weil dann auch wieder so viel Zeit verstreicht. Also Anton ist jetzt fünfeinhalb und du denkst ja einfach so, wo sind die letzten fünf Jahre eigentlich geblieben? Ich habe auch gerade zu Lisa gesagt, Deutschland ist ja nun leider Gottes ausgeschieden. Und da habe ich zu Lisa gesagt, ja Lisi, bei der nächsten EM ist Anton schon neun. Dann vier Jahre. Aber ist ja die WM noch dazwischen. Mir ist egal, aber wenn man in die EMs denkt, dann ist es ja bald schon wieder soweit. Weil die Zeit vergeht einfach so schnell. Johanna ist jetzt drei Monate und der drast einfach so an einem vorbei, Jan. Apropos EM, hast du geschaut, das Spiel? Ja, ich war fix und fertig. Warst du zu Hause? Ja, ich war fix und fertig. Ich auch. Ich lag ja mit meinem Fiebertraum da, zugedeckt, gezittert. Nadine hat dir dacht, der freut sich, da war ja egal, im Schlaganfall, ihr habt da unter der Decke. Und er hatte mir noch ein Deutschlandtrikot sogar besorgt. Mir war das aber jetzt auch egal, ob wir jetzt weiterkommen oder nicht. Ich habe mir jetzt auch noch das Rosane besorgt im Nachgang. Im Resale über Ebay Kleinanzeigen. Ja, jetzt, glaube ich, kommt man an T-Shirts. Ja, kommst du jetzt auch. Ich habe gestern mal reingeschaut, jetzt kosten sie 80 Euro. Also für 80 Euro in der Ecke schon eins gefunden. Und ja, war ein spannendes Spiel. Jetzt, ja, streitbar. Also ich habe jetzt einige Berichte noch gesehen, weil viele dann sagten, Füllkrug stand am Ende im Abseits. Stand da nicht. Die Hand zählt nicht als Abseits. Die Hand ist kein spielbares Objekt. Naja, letztendlich muss man ja sagen, das Spiel wird ja auch nicht nur über den Elfmeter entschieden, sondern tatsächlich, die hatten 120 Minuten Zeit und auch schöne Chancen und auch leider kein Tor gestroschen. Oder ein zusätzliches. Aber die haben auch wirklich gekämpft wie die Löwen. Das muss man auch einfach denen zugutehalten. Die haben gekämpft wie die Löwen. Und vielleicht am Ende waren sie schon gedanklich beim Elfmeterschießen und dann in der letzten Minute kommt auch wirklich das Tor. Das ist ärgerlich, aber weiß ich nichts. Diese Begeisterung habe ich schon lange nicht mehr so bei mir gespürt. Das war wirklich so die letzten Jahre. Deutschland spürt ja auch so, boah, mal gucken, was ich heute Abend mache. Aber auf jeden Fall nicht das Spiel gucken. Und jetzt so die letzten Spiele, das hat wieder richtig Spaß gemacht. Man hat wieder richtig mitgefiebert. Man hat wieder richtig mit den einzelnen Spielern mitgefiebert. Da sind ja auch so viele Leute bei, die so richtig sympathisch sind hier. Füllkrug, Lücke. Ja, Lücke. Und das ist auch irgendwie so schade. Der ist ja jetzt in einem Alter zu der Nationalmannschaft gestoßen, wo man nicht mehr weiß, ist er bei der WM noch dabei. Wo aber gerade, also das ist ja fast mein Lieblingsspieler gewesen. So von allen. Also wenn ich mir ein Trikot hole, dann mit Füllkrug. Füllkrug ist noch nicht so alt. Ja, ich glaube, der ist schon ein bisschen. Nein, Füllkrug ist 31. Ja, 31 ist für ein Spieler schon. Aber ich sag mal, ja. Ja, ich meine, Müller fährt mit wie vielen? 39 noch mit? Nee, wie alt ist Müller? Ja, aber nee, Müller ist unser Alter, oder? Müller ist 34, 89er Bau, ja. Na gut, aber war auch seine letzte. War seine letzte, denke ich. Also ich weiß nicht, ob er noch als Motivator mit zur WM fährt. Weil er ist ja, ich denke, dass der schon so ein Typ ist, der auch eine Mannschaft anheizen kann. Ja, ich glaube, das tut ihm gut, aber ja, vielleicht kann er, ich meine, Lücke war jetzt auch Joker, Füllkrug. Ja, mich hat es ein bisschen genervt, aber jetzt sind wir wieder bei 83 Millionen Fußballtrainern. Warum hat er, sag ich mal, Würz und Lücke nicht von Anfang an spielen lassen und auch einen Emre Can reingenommen? Ja, also mit Sané kann auch, gefühlt hat Sané keine Sympathisanten im Land, kann das sein? Ja, obwohl Sané, glaube ich, so ein bisschen verkannt wird, der gar nicht so schlecht ist, wie viele ihn sehen. Ich selber bin auch nicht der Freund von ihm, aber ich glaube, also, wo ich zum Beispiel sehr positiv überrascht war, war mit Manuel Neuer. Ich war ja am Anfang eigentlich eher ein Gegner und habe mir gedacht, so bringt Ter Stegen Neuer, seine Zeit ist vorbei. Aber Neuer hat schon stark gespielt, muss man sagen. Also, das war schon zu Recht die Nummer eins, fand ich, im Tor. Gut, wir haben dagegen ja nie Ter Stegen gesehen. Ja, aber Ter Stegen ist in der Liga sehr stark. Ja, aber Ter Stegen ist ja auch in der Blüte gerade so ein bisschen seiner Karriere. Der hat ja auch tatsächlich, ist er nicht Spaniens Fußballer des Jahres oder so gewonnen vor kurzem? Das kriegt ich nichts an. Ja, der war, der war, der ist ziemlich hoch eigentlich nur, das als Torwart in Barcelona, da geht einiges. Aber, naja, wir haben ja den anderen gesehen, beziehungsweise wir haben ja nie den Vergleich gesehen, schade eigentlich. Aber war, ach, das ist schade, das ist einfach immer noch, Mann. Und wenn man ganz ehrlich, wenn du die anderen Spiele verfolgst und die anderen Mannschaften... Alle. Alle verfolgt. England hat gestern so scheiße. Die spielen alle schlecht. Frankreich war doch auch nicht stark. England wurde so ein bisschen verglichen mit Deutschland in den 90ern. Da haben wir wohl auch keinen, ich kann mich da dran nicht erinnern, oder in den, ja, Ende 80er, Anfang 90er. Da haben wir wohl auch so einen richtig unsympathischen Fußball gespielt, sind aber immer bis ins Finale gekommen. Und genauso spielt England so aktuell. Und das fand ich bei Deutschland gerade mal dieses Jahr mal richtig schön, dass man richtig geilen Offensivfußball gab. Da gab man richtig schöne Chancen, richtig rausgespielt. Sonst war immer so ein, für Deutschland so ein Gestocher in den Strafraum mit Pässe, Pässe, Pässe und irgendwann kam dann mal so ein Tor. Aber jetzt auch mal teilweise so ein bisschen überfallartig der Fußball, der war schön anzusehen. Nee, hat mir auch Spaß gemacht. War ein schönes Mitfiebern. Ich freue mich, dass Italien raus ist. Ich hätte mir das Gleiche noch gewünscht für Frankreich. Hat jetzt leider nicht geklappt. Jetzt haben wir Frankreich, Spanien, glaube ich, nächstes Spiel. Und dann hat es ja gestern die Niederlande geschafft gegen die Türkei. Muss ich sagen, war ich so ein bisschen offen. Nadine war für Türkei. Vor der EM war mein heimlicher Favorit so ein bisschen, weil ich die ziemlich stark fand, die Niederländer. Obwohl die auch nicht so stark gespielt waren. Die haben teilweise seit Jahren auch immer Bomben-Spieler drin. Aber in der Nationalelf kommt da nichts Richtiges zusammen. Und wer waren jetzt noch weiter? Schweiz, ne? Schweiz hat sich... Nee, Schweiz hat doch gegen England verloren. Österreich, Spanien, England und Niederlande. Ja, die vier sind noch weiter drin. Österreich. Aber wenn man alle so... Also, ich sage dir ganz ehrlich, wenn man alle so anguckt... Ich habe ja vorher so gedacht, naja, aber mit den Großen kann Deutschland nicht mithalten. Und so aktuell, glaube ich, ist die Form noch nicht da. Die waren schon stark. Die konnten mit allen mithalten. Das ist, glaube ich, keiner, den sie hätte potenziell nicht schlagen können. Dienstag, 21 Uhr, Spanien gegen Frankreich. Mittwoch, 21 Uhr, Niederlande gegen England. Also, ich sage es dir so, wie es ist, Spanien wird Europameister. Dadurch, dass sie uns rausgekickt haben, gönne ich es jetzt aktueller Stand Niederlande. Die haben meine Sympathie von vor der EM schon gehabt. Und weiterhin. England gönne ich es nicht, weil die einfach einen schlechten Fußball spielen. Frankreich, muss ich sagen, ist jetzt auch nicht so geil. Nee, irgendwie kann ich, komischerweise, konnte ich noch nie mit den Franzosen sympathisieren. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich kann es einfach nicht. Und Spanien hat es raus, also, ich weiß nicht. Schreibt uns gerne, nehmt gerne Bezug. Aber am besten Bezug auf Instagram nehmen. E-Mails lesen wir aktuell nicht. Ja, obwohl ich gelesen habe. Wir haben noch ein Thema, Hannes, ein großes Thema heute. Es haben sich weitere Saatenhäuser gemeldet. Auf E-Mail? Haben Sie E-Mail geschrieben? Einmal war eine E-Mail plus, nochmal, um sicher zu gehen, eine Instagram-Nachricht. Und einmal war nur Instagram. Es hat sich erst gemeldet Saatenunion. Ich muss mal ganz kurz vorbereitend mal raussuchen. Ich weiß aber, dass denen ihre starke Sorte war, glaube ich, der Magneto. Der wirklich sehr stark ist. War das nicht Magnetron? Magnetron, mhm. Auf jeden Fall, Leute, für die, die noch nicht so im Thema involviert sind. Wir rufen gerade aus, alle Saatenzüchter mögen uns bitte ihre Neuzulassung von diesem Jahr mit den Namen nennen. Und wir kühen daraus den besten Namen der Neuzulassung. Gewinnen kann man den Anbau bei uns quasi auf den Betrieb. Und würde ja demzufolge auch eine relativ große Reichweite mitbekommen. Und wir würden halt an die Community auch ein paar Saateinheiten verlosen. Also, das haben wir gesagt. Und da haben sich relativ viele gemeldet jetzt schon. Rapul hat sich gemeldet. LG hat sich gemeldet. Wen hatten wir noch? Jetzt hat sich Syngenta gemeldet. DSV hat sich gemeldet. Da kommen wir gleich zu. Hat die KWS sich schon gemeldet? Uff. Also, uns fehlen noch so ein bisschen KWS und IG Saatzucht. Leute, die da vielleicht drin sind, die das vielleicht hören, gerne mal anstoßen mit den Ellbogen. Schreibt uns eure Neuzulassungsnamen gerne auf. Du musst aber deins auch nochmal checken. Also, ich gucke jetzt nur Instagram bei mir. Das kann ja sein, dass sie dir geschrieben haben. Ich habe alles die ganze Woche durchgeguckt. Ne, auf jeden Fall hat sich Saatenunion gemeldet. Wir outen uns hiermit gerne als Hörer eures Podcasts und steigen in eure Idee bezüglich der Sortennamen ein. Unser Highlight bei den Neuzulassungen Getreide habt ihr schon gefunden. Wir schicken unseren Arweizen Saatenunion Magnetron. Hattest du recht? Magnetron. Starker Name, Alter. Und unser Hybrid-Roggen, was ja für mich sehr interessant ist, den Erling. Den Saatenunion Erling. Welchen Bezug hat Erling jetzt zum Fußballer? Weil das auch so ein langer? Das ist schon ziemlich langer. Ja, also dann wäre der Roggen nicht so geil, wenn das für GPS ja, also ein ganz schön langer. Hm. Ja, schöne Grüße von der Steffi. Aber meinst du, vielleicht hat der auch so die Grannen so ein bisschen nach hinten wie Erling Haarland? Wie heißt Erling? Erderling Haarland? Erling Haarland heißt der. Wenn er so die Grannen, überleg mal, wenn er die Grannen so nach hinten gegelt hätte. Wie der Roggen aussehen würde. Also, Magnetron, sag ich dir ganz ehrlich, ist ganz weit vorne aktuell. Mhm. Also ich sehe tatsächlich von LG den Kermit noch weit vorne, weil der Witz an der ganzen Sache ist, der ist auch so quietschgrün. Mhm. Und dann hatten wir noch einen, Janni, den haben wir auch weit, oder haben wir noch nicht weit vorne gesehen? Wir schreiben uns dann mal auch Hausaufgabe zum nächsten Podcast, wir schreiben uns mal jetzt die ganzen Namen mal auf. Wir können nicht so einen Witz hier machen, weißt du, und dann vergessen wir die ganzen Namen. Wir schreiben uns die alle mal auf der Liste. Ich habe mir aber auch gedacht, Janni, vielleicht machen wir die Top 3 und lassen abstimmen? Oder meinst du, wir wählen denn einfach? Ne, wir wählen. Ich hätte gesagt, vielleicht sogar Prinzip Eurovision Song Contest. Wir haben Stimmen wie auch die Community und lassen die zusammenfließen. Oh. Stark, oder? Weil so kann keiner sagen, dass wir parteiisch sind, weil wir unter der Hand irgendwie von Saatenunion irgendwas zugeschoben bekommen. Aber wir können uns natürlich so viele Punkte zuspielen, dass wir parteiisch sein können. Dass wir alles ändern können. Dass wir natürlich auch empfänglich für Brusttafengeld werden. Ja, natürlich. Nein, ich möchte das Geld nicht und du hältst so die Hand auf. Nein. Kennst du wie diese Reels mit dem Alkohol? No, 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 no. Und wo dann die Hand selber nachher schon weiterkommt. Nein, ja. Oder halt diese TÜV-Prüfer, die sagen, ist alles okay und dann blenden sie ihn ein und der hat unter der Brille zwei Honnys geklemmt bekommen. Da fühle ich das, ne? So, jetzt will ich aber zum letzten. Der Magnetron ist was? Ein Weizen? Ein A-Weizen war es so. Mhm. Würde auch passen. Jetzt aber zum letzten Kandidaten, der sich Freitag noch per Instagram gemeldet hat. Schöne Grüße an Syngenta. Hallo Jan, euer Podcast in Bezug aufrufe im Podcast haben wir natürlich. Vor allem mein Kollege und treuer Hörer Benedikt. Schöne Grüße. Und das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Wir waren natürlich auch beim Gewinnspiel und weitere Ideen dabei. Ich denke, wir würden uns da einiges einig werden. Die Neuzulassung, hier sind sie. Gerste, Sarten, äh, Sarten und Syngenta, Coliseo, Coliseo, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. C-O-L-Y-S-E-O-O, Coliseo, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Das ist es jetzt? Kein Weizen? Nein, jetzt kommt die Gerste, Syngenta, Zumba, fit fürs Feld. So ein bisschen, glaube ich, auf diesen Zumba-Kurs. Ja, aber was wollen wir, Jan, die, wollen wir, dass die gut im Wind tanzt oder nicht? Ich würde schon sagen, dass so eine Gerste auch geil federn muss. Die muss geil federn. Die muss einfach richtig fit sein. Ja. Also eigentlich finde ich es schon passend. Und erst recht, wenn die mit ihren Granen so tanzt. Ah. Finde ich schon witzig. Okay. Also Zumba in der Gerste, auch weit vorne. Ja. Dann kommt Tridikale Promisso. Ich würde aber im Nachgang so ein bisschen... So ein bisschen dichter als Prometheus dran, ne? Ich würde aber noch googeln, ob es da vielleicht sogar irgendwelche... Also vielleicht gibt es da irgendwie zu Coliseo im Hintergrund irgendwas Lateinisches oder so, was man mal vielleicht noch... Und eine Bedeutung nochmal zusätzlich hat. Oh, jetzt willst du ja richtig in die Tiefe gehen, oder was? Na, man muss ja auch so ein bisschen... Also du willst jetzt richtig eine Jury machen, oder was? Für dich gibt es heute leider keine Rose, Diggi. Ja, aber es gibt doch sogar einen Raps noch. Und den finde ich stark. Da hätte ich den Bezug Dragon Ball Z jetzt. Nämlich den Syngenta Picoletta. Oh. Finde ich... Den finde ich gut. Den finde ich richtig, richtig gut. Picoletta, ja. Für nicht Dragon Ball Gucker. Es gibt einen... Piccolo. Charakter Piccolo. Genau. Gott sozusagen. Piccolo ist ja... Aber gab es nicht auch mal einen Vegeta? Irgendwo als... Irgendwo als... Oder so ähnlich, glaube ich. So ähnlich. Vegeta-Saatgut. Da werden wir wahrscheinlich nichts finden. Hm. Ne. Es gibt eine Vegeta-Gewürzmischung mit Gemüse. 250 Grad bei Edeka für 2,79. Okay, okay, okay. So viel dazu. Okay, dann halten wir mal fest. Aber Magnetron. Ich habe gestern zu Lisa gesagt, Megatron. Aber zu Ihnen... Aber Megatron wäre auch stark, oder? Hm. Optimus. Optimus. Obwohl es einen Optimist schon gibt. Optimist gibt es bei LG. Gibt es bei LG, ne? Ja, den habe ich im Anbau. Ja. Aber Optimus... Oder man nennt die Sorte einfach nur Prime. Wäre stark, Alter. Ist die Prime-Sorte. Hm. Aber die müssen natürlich auch gucken, ob das nicht ein geschützter Name ist. Ich kann mir vorstellen, dass Optimus vielleicht als namenrechtlich schon geschützt sein könnte. Hm, weiß ich nicht. Aber Prime auf jeden Fall. Und wenn nicht drückt Amazon dich einfach in die Knie. Ja, aber ganz ehrlich, wir wissen ja, das Geld liegt bei den Saatenhäusern. Die kaufen die Lizenz einfach weg von Transformers. Ohne Probleme. Ohne Probleme. Aber da werden schon... Da gibt es schon geile Namen. Also da sind schon welche... Aber Magnetron ist, muss ich sagen, bis jetzt mein Favorit, um ehrlich zu sein, Janni. Ich finde Picoletta schon krass. Und halt, äh... Oh, welcher war denn das hier? Ja, Magnetron war das. Der ist schon stark. Ich weiß nicht. Ich gucke mal ganz kurz nochmal nach. Hat der LG dir geschrieben? Ja, ne? Ja, LG hat mir geschrieben. Okay. Ich komme in unser Postfach nicht rein. Haben wir das Passwort geändert? Nee. Hat jemand für uns geändert. Der liest jetzt unsere E-Mails. Login leider nicht erfolgreich. Vertippt oder Passwort vergessen. Alles ist möglich. Janni, erzähl doch mal, wie war das Passwort und was hast du eingegeben? Ich überlege selber. Warte mal, ich muss mal hier. Du kannst ja... Achso, nee, das ist falsch. Übrigens, Janni, wir fahren ja heute wieder auf den Flohmarkt. Wir sind ja voll im Flohmarkt-Trend. Oder im Flohmarkt-Hype beide. Freue mich total. Aber bei dir war ja letztes Mal richtig geil mit Pokémon-Karten. Oh! Ich war... War das letzten Sonntag? Ja, ne? Ja, wir wollten doch fast noch hinkommen. Hm? Oh. Ähm, ich hab mir ein Lugia gegönnt. Aber ein 5-Euro-Lugia. Jetzt nicht hier, dass ich mir eine Karte da wieder für 200 Euro gegönnt hab. Ich sag mal, ich hatte 300 Euro in der Tasche. Aber ich hab sie nicht ausgegeben. Ich hab dann noch, äh, kleine Packs hier von Locana mir zwei Stück gegönnt. Und den Kids nochmal zwei Pokémon. Weil es waren auch Händler da. Also bei mir war richtig was los. Man hat's auch gemerkt. Es waren zwei, drei Reihen mehr als sonst. Weil das Wetter einfach auch schön war. Und viele, viele, viele Sammler. Also auch gegradete Karten. Ich hab dir auch noch Fotos geschickt. Auch gegradete Football-Karten, Baseball-Karten. Ähm, von Dragon Ball über One Piece. Es gab, also es gab so viele Sammler, waren da unterwegs. Man hat's aber auch gemerkt, man hat immer die gleichen Leute in den Gängen dann auch wieder getroffen, die so ein bisschen durch die Bücher durchgeschnökert haben. Und hat Spaß gemacht. Also bei uns ist alle zwei Wochen. Und rein theoretisch müsste nächste Woche bei uns wieder Flohmarkt sein. Ich hoffe ja, wir haben heute ja auch schönes Wetter. Zwar ein bisschen windig, aber Sonne. Und ich glaube, da geht was. Vielleicht geht heute, je nachdem wie warm das wird, vielleicht geht heute bei der Gäste auch noch was. Weil wenn du so 20 kmh Wind hast und dazu noch so 25 Grad, dann ist der krasseste Föhn ever. Ja, bei mir ist heute Feierabend, weil wir haben jetzt nur noch das Wasserloch stehen und da ist Grünes drin. Und das braucht auf jeden Fall noch. Also ich denke, dass wir morgen vielleicht weitermachen, aber dann direkt in den Raps reinfahren. Im Nachgang. Ja, mal schauen. Der Umbau ist ja jetzt auch bei Klaas, ist ja mechanisch angetrieben. Die Dinger hebst du mit einer Hand jetzt hoch, klack, ran, fertig. Wie? Geil. Na, vorher waren ja hydraulisch angetriebene Rapsmesser. Ja, jetzt ist ja alles mechanisch. Du klemmst die ja nur noch ran und fertig. Das ist ja nicht mehr so mit Öl und ranstecken. Das ist bei New Holland noch so. Aber ich muss dir sagen, ich brauche von Getreide auf Raps alleine ungefähr 15 Minuten mit Detlef und Svenny 5. Ja, ich auch. Geht super schnell jetzt. Es war nur vorher, dass die recht schwer waren. Die sind schwer. Es war recht kompakt. Und jetzt ist das so, du hebst wirklich mit einer Hand so einen Balken da an ohne Probleme und steckst da rein. Ist halt auch, wir müssen ja auch dran denken, es sind ja nicht nur Männer in der Landwirtschaft und Frauen sind nun mal körperlich ein bisschen zierlicher. Und finde ich gut, dass das einfach auch leichter gemacht wird. Oder so wie ich bin, ein kleiner Mensch. Ich bin halt nicht so der große 1,90 Typ. Ich habe halt 1,76 und das ist halt für mich alles auch ein bisschen schwieriger als für große Männer. Du, ich mache zwei Schritte, wo du einen machst. Wir lassen das jetzt einfach alles so offen. Wir lassen das jetzt so alles offen. Aber was auf jeden Fall ein Thema ist, ist dir das mal aufgefallen? Bei den Landwirten, sie nutzen jede Bühne, um das aktuelle Wetter kundzutun. Also sie sehen dich quasi dreschen im Stream und kommen rein und sagen, krass, du kannst dreschen. Wir hatten so und so viel Regen. Wir hatten so und so viel Regen. Bei uns regnet es, warum bei dir nicht? Und da haben wir schon so ein Command mit, ja, Wetter ist in Deutschland verschieden und ist ein lokales Phänomen. Und Wetter kann überall verschieden sein. Während es bei dir regnet, kann bei mir die Sonne scheinen. Alles ist möglich. Ja, ich habe gestern ganz viele Nachrichten bekommen, wo ich geschrieben habe, 5 Hektar stehen noch. Bei mir die Top-Nachrichten waren, wir haben noch nicht mal angefangen, ihr seid schon fast fertig. War so meine Top-Nachricht irgendwie in die Richtung. Gestern auch, ich habe zwei Reels, also Reels und TikToks ist ja dasselbe, hochgeladen. Und direkt wird drunter geschrieben, wir können nicht dreschen, bei uns regnet es leider, hat es bei dir gar nicht geregnet. Also Landwirte nutzen witzigerweise jede Bühne, um das Wetter kundzutun. Das ist aber auch sagenhaft, immer, immer. Und wenn du, ich sage mal, wenn du dann aus der Textile oder so streamst, weil er draußen schüttet, dann schreiben sie, warum bist du nicht auf dem Acker, ist doch Sonnenschein. Also es ist, es ist, nee, ja nicht, nee. Aber in der Landwirtschaft ist es, beim Friseur ist es ja, wenn du über das Wetter redest, geht dir ja das Thema aus. In der Landwirtschaft geht es erst richtig los. Ja, da geht es ja los. Und viele haben ja noch nicht mal angefangen. Ja, aber guck mal auch aufs Datum. Wir haben den 7.7. normaler Erntestart, ist 9.7. bei uns. Obwohl ich von dem normalen Erntestart jetzt langsam weggehe, weil die letzten Jahre war kein normaler Erntestart mehr. Vielleicht wird es wieder kommen, aber ich verabschiede mich davon, dass wir am 9.7. normalen Erntestart haben. Äh, übermorgen gewesen. Übermorgen gewesen eigentlich, genau. Und bei uns in der Region sind alle im Endspurt Gerste. Die ersten großen Betriebe haben auch schon den Raps angestochen. Also das ist, das wird dieses Jahr ein nahtloser Übergang. Gestern kamen die ganzen Fragen auch, wie sieht bei dir, wann Weizen, wann Roggen und so. Der Roggen braucht erstaunlicherweise, glaube ich, noch länger. Der ist noch grün. Aber der Weizen hat jetzt von den, vor zwei Wochen waren wir ja selektierend im Weizen. Da war er ja noch recht grün. Der ist jetzt komplett goldgelb. Der hat richtig, richtig, die 30 Grad hat er mitgenommen. Die Tage, die jetzt waren. Also ich denke, Ende nächste Woche könnte das sein, dass sogar der erste Sandweizen. Der erste Sandweizen. Ne, meiner ist tatsächlich noch relativ, ja gut, mein Sandweizen kann vielleicht auch soweit sein. Ansonsten relativ grün noch, muss ich sagen. Tritikale sind krass nachgereift. Tritikale richtig weit. Da das Problem aber, das sind die Flächen, wo wir halt den ganzen Ausfallroggen hatten. Durch Lager und durch Mulchen. Und da müssen wir dann halt warten, bis auch der Roggen ein bisschen nachgereift ist. Ansonsten gibst du das auch mit 17 Prozent ab. Da müssen wir einfach ein bisschen die Beine stillhalten. Aber ich sage mal, wir haben erst mal zwei Tage mit Raps zu kämpfen. Mindestens zwei Tage. Wir haben dann auch noch ein Problem, dass wir auf zwei Rapsflächen extrem viel Roggen durchwuchs haben, wo wir da zweimal mit Gräsermittel durch sind. Aber bei mir ist der Raps halt nach Roggen. Der lag halt angepresst. Ohne Ende aufgelaufen noch. Habe ich mir aber jetzt eine Lösung einfallen lassen. Ich werde den ein bisschen dreckiger ernten und den nochmal durch die Reinigung schicken. Wir haben hier im Nachbarort jemanden, der reinigt Getreide. Bis zu 80 Tonnen ist die größte Maschine. Wirst du beim Raps nicht schaffen. Aber ich sage mal, selbst wenn du 20 Tonnen pro Stunde da durchjagst, dann wird wieder Regentage geben. Ich werde den ein bisschen dreckiger dröschen und dann durch die Reinigung kloppen nochmal. Und dann abgeben. Kannst direkt in die Anhänger. Also du hast vorne einen riesen Trichter, wo du dann große Mollen reinkippst. Und hinten ist eine Schnecke, wo du es direkt auf die Anhänger wieder zurückgibst. Und ich sage mal selbst, den Dreck kannst du rein theoretisch noch verkaufen. Wann machen die Erbsen, Janni? Auch Erbsen? Ja, die sind eigentlich noch recht grün, finde ich. Also ich glaube, die brauchen ein bisschen länger. Ich habe noch gehofft, ich kann mir noch ein paar Tonnen für Zwischenfrucht abholen. Bei mir? Ja. Denke ich. Hast du nichts im Anbau diesmal? Nein. Ja, kriegen wir hin. Sag nur früge noch Bescheid. Ich glaube, ich haue den nächsten Jahr wieder in die Fruchtfolge. Das ist einfach so ein Mehrwert für die gesamte Fruchtfolge. Und viele Direktsäger sagen auch, dass das quasi so ein bisschen, dass mit eins der Glieder ist für gute Direktsäger. Und das ist es einfach, also ich glaube, mein bester Weizen ist dieses Jahr auch tatsächlich nach der Erbse. Ja, was mich ein bisschen nervt, das ist halt, dass er, also obwohl wir optimale Bedingungen hatten, abends mit genug Bodenfeuchte und so, hat das Mittel nicht richtig gewirkt. Aber da wissen wir ja schon eine Tendenz, woran das liegt bei mir. Wir haben ein gutes Mittel, das hast du mir sogar noch empfohlen. Das habe ich genommen. Teures Mittel, muss man sagen. Und trotzdem sind meine Erbsen recht dreckig. Aber gut, die schicke ich eh, also das für einen Eigenbedarf schicke ich eh durch die Reinigung nochmal. Aber ist halt beim Dröschen halt kacke. Du musst halt darauf warten, dass es richtig knackig warm wird dann. Und da sehe ich das Storno dieses Jahr. Wird richtig knackig warm. Die Tage werden kürzer, Hannes. Die Tage werden kürzer. Ist jetzt wieder so weit. Ich meine, man muss aber auch sagen, die sind noch lange, man merkt, wie schnell das jetzt auch alles noch trocknet. Nächte sind noch kurz, um drei geht die Sonne schon auf hier bei mir. Oder fängt an, schon wieder heller zu werden. Aber ist geil. Ist geil eigentlich. Ich mag das total gerne, auch diese langen Sommerabende und so. Ja, wir hatten jetzt das eine Spiel auf der Dachterrasse geguckt gehabt auch. War zum Glück leicht Unwetter. Somit war dann auch recht früh dunkel für die Leinwand. Aber das Unwetter zog vorbei. Vom Weiten, wir haben auf der Dachterrasse gelegen, hast du die ganzen Blitze gesehen. Und wir hatten dann das Spiel gesehen. Gegen wen hatten wir da vorgespielt, Alter? Das ist der Siebkopf. Keine Ahnung. Schweiz, ne? War es Schweiz? Oh, keine Ahnung. Ja. Aber so oft wirst du die Dachterrasse nicht nutzen. Gestern, wo er geschüttet hat, haben wir dann drinnen gesessen. Ja, ist bei uns ähnlich. Wir haben jetzt auch den Beamer bei uns fest in der Küche verbaut. So oft wird sie dann jetzt nicht mehr rausholen. Wir hatten den ursprünglich für die Terrasse gekauft. Obwohl gestern Abend auch so frisch gewesen wäre zum Beispiel. Ist ja relativ kühl jetzt die letzten Abende. Obwohl Nadine Kinoabend mit den Kindern macht, wenn es richtig warm draußen ist. Dann macht die Popcorn bereit, holt Decken, macht Chips bereit. Und dann gibt es einen schönen kleinen Spider-Man-Film oder sowas. Diesen Cartoon-Film oder weiß ich was. Ja, gucken zur Zeit. Irgendwie habe ich es ein bisschen mit Power Rangers angefixt. Nee, Power Rangers fand ich immer furchtbar. Die zappeln mir einfach zu viel. Ich finde die gut. Ich fand die gut. Power Rangers war meine Kindheit. Nee, 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 nee. Gar nicht. Gut, Janni. Ich muss noch den Sonntagsflock schneiden und dann wollen wir zum Flohmarkt. Machst du plumper? Wir machen richtig plump gerade. Wir hören uns in der nächsten Folge und nächstes Wochenende wieder. Der Podcast geht jetzt hoch und soll er... Ach, eins, der wichtigste Punkt, Janni. Wir haben noch vor dem Podcast uns das beide schon rausgesucht. Und zwar die Spendenaktion. Ich habe hier mehrere offen. Mehrere offen. Du musst mir nur einen Link schicken. Du sagst, wen wir jetzt... Nee, 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 du sagst. Das ist deine Entscheidung. Dein Schnubbi, deine Entscheidung. Mein Schnubbi. Also ich schwange gerade von ambulante Kinderhospizarbeit in Schwerin. Also ich habe regional gesucht. Spende für krebskranke Mütter und ihre Kinder. Von wem wäre... Steht hier eine Region? Nee, steht gar keine Region. Aber habe ich eigentlich mit bei Mecklenburg-Vorpommern? Ah, von... Für verschiedene Standorte in Deutschland. Und dann haben wir hier einmal noch ambulante Kinderhospiz-Tiennes in Rostock. Pass auf, wir haben ja... Wir wussten aber nicht mehr die Summe, ne? Nee, nicht mehr so richtig. Also... Ich war das... Ich weiß es nicht mehr. Wenn ich Max... Max, Katta, Max. Wenn du das jetzt hier hörst, schreib uns mal die Summe, der weiß das. Pass auf. Wir machen das... Und ich habe jetzt hier noch zwei Stück offen. Du machst den einen, ich mache den anderen. Also ich habe jetzt hier Kinderhospiz in Rostock offen. Dann schick mir den, wo es... Und ich mache Kinderhospiz in Schwerin. Und schicke ich dir den jetzt? Und Max schreibt uns... Katta, Max sagt uns Bescheid. Also ich glaube, bei mir waren es 250. Ich glaube, ich wollte es verdoppeln. Du wolltest, glaube ich, 250. Ich 250. Wir wären bei 500 oder so gewesen. Und ich hatte noch mal von einem Zuschauer 50 bekommen. Die war definitiv mit reinkloppen noch. Der hat gesagt, der würde sich gerne mit 50 beteiligen. Gut, Max schreibt uns das nachher. Und wenn der Podcast draußen ist, der kommt ja heute noch raus, dann schicken wir euch den Link quasi von der... Oder den Screenshot von der Paypal-Zahlung, von der Zahlung, dass wir die auch getätigt haben. Und dann auch, denke ich mal, den Link zu diesen Seiten, weil euer Wunsch war ja, das Ganze zu teilen, damit ihr das Ganze auch noch unterstützen könnt. So machen wir das, oder Janni? Machen wir so. Genau. Und dann, glaube ich, hoffe ich, ist auch den Leuten dort geholfen. Machen wir nächstes Jahr wieder. Rateln für einen guten Zweck, Janni. Ich drücke die 300 wieder. Alter, wenn ich noch eine Kooperation irgendwie mit Specialized bekomme und die mir so ein Eisen hinstellen, fahre ich mit dir mit. Oder man kann sich so einen richtigen Ofen leihen. Aber man muss halt nicht mit... Ich glaube, man kann sich Fahrräder ausleihen. Aber das Ding ist, der muss schon gut eingestellt sein für 300. Sonst tut dir alles weh, Janni. Rennrad... Ich glaube, mir tut doch so alles weh. Rennradverleih. Das musst du dir bei Kleinenanzeigen kaufen und wieder hinterher verkaufen. Ja. Also, gibt es so gute Canyons, kannst du da aus... Die Leasing-Rückläufer kannst du da kaufen. Meistens für 1.500 bis 2.000. Oder vielleicht hört ja jemand mit Fahrrad-Fachgeschäft zu, der mir so ein Ding leihen würde und vielleicht sogar einstellen würde auf mich. Für einen guten Zweck halt. Vielleicht, Janni. Vielleicht würde er dann auch noch ein Bianchi für mich in die Rolle spielen. So kleine Nebendinger. Ich wiege 75 Kilo und bin 1,80 groß. 1,76, Janni. 75 Kilo, warte. Nee, aber da können wir uns privat einigen. So, Leute. Leute. Tschüss. Tschüss.